Rising World, unendliche Weiten, wir schreiben das Jahr 2015, dies sind die Abenteuer von Let's Multiplay, EMB LP und SBZ LP, das mit seiner dreimann starken Besatzung knapp fünf Jahre lang versucht hat die Enterprise nachzubauen, um euch bei YouTube komplett neue Welten zu eröffnen, neues Leben hier zu erschaffen, unbekannte Dimensionen, die noch nie ein YouTube-Zuschauer zuvor gesehen hat. Ja, viele Lichtjahre entfernt auf dem Let's Multiplay Server dringt unsere Enterprise hier noch nicht in Galaxien vor, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat, denn sie kann leider nicht fliegen. Und das war schon einen schönen Tag noch, nee, das ist die Enterprise, und zwar, wir haben uns richtig viel Müll gegeben und haben gerade gemerkt, dass wir zu drei Prozent erst fertig sind. Irgendwie schon, ja. Wir wollten es euch mal kurz vorstellen, ein kurzes Vorstellungsvideo, und das Ganze, also wir werden noch weiterbauen, bis es wirklich perfekt ist. Fast perfekt, sagen wir fast perfekt. Sagen wir fast, sagen wir zu 89 Prozent perfekt. Ja. Und wenn wir es dann zu 73 Prozent fertig haben, dann bauen wir auch die Borg-Würfel, oder den Warbird. Ja, mal gucken. Dann gibt es hier noch ein paar Kriegsszenen. Schreibt so unten in die Kommentare rein, was wir bauen sollen. Also welches, welchen Feind der Enterprise, oder aus dem Star Trek-Universum, wärst du ein Schiff wieder nachbauen sollen? Schreibt das einfach unten in die Kommentare rein, würde ich vorschlagen. Das wäre mal richtig cool. Ja. Was wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht mehr. Ja. Also wir werden jetzt auf jeden Fall weiterbauen. Wir haben, da muss dazu sein, wir haben uns überlegt, zeigen wir schon die ganzen Bau-Videos von Anfang an, oder zeigen wir das im Nachgang? Wir haben uns da, also Erik und Smiley haben sich dazu entschlossen, oder wir haben uns gemeinsam entschlossen, dass wir zuerst jetzt das Vorstellungsvideo machen, wie wir es fertig gebaut haben, und jetzt im Anschluss immer die ganzen Bau-Episoden quasi erscheinen. Genau. Und wenn die dann raus sind und wir hier fertig sind, dann machen wir noch ein kurzes Vorstellungsvideo, wie es dann richtig aussieht. Ja, wie es dann im Finale aussieht. Wir können die Brücke, ich zeige die Brücke nochmal von innen. Ja, komme ich mit. Also haben wir jetzt schon mal ein bisschen hier was gemacht. Schon mal ein paar Konsolen angebastelt und ja, im Prinzip hier schon den Gang für Captain Picard schon mal fertig gebaut. Wir gehen noch ein bisschen mehr in die Länge rein, also werden hier den Raum noch ein bisschen erweitern. Dass auch die Feenrichter ordentlich sitzen können. Richtig, und dass der Captain auch vernünftig den Weg hier durchgeht, weil das ist ein bisschen schmal geraten, das Ganze hier, deswegen, das kommt auf jeden Fall auch noch. Picard war ja sehr dünn, also von daher. Das stimmt, ja. Der hätte da locker Lusion durchgepasst, aber von der Länge her. Ist der auch wahr, ja. Ja gut, ja klar. Erlebt ja noch, erlebt ja noch. Ja, in diesem Sinne, also wir werden weiter bauen. Wie gesagt, bei EMB, SBZ und Let's Multiplay gibt es die verschiedenen Folgen aus verschiedenen Perspektiven auch nochmal zu sehen. Das ist auch immer ganz schön, finde ich zumindest. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, lasst gerne ein Like da. Und falls es nicht geht, dann abonniert uns so als kleinen Sidekick-Channel. Nee, Sidekick-Channel ist falsch, ne? Nein. Man nimmt eigentlich so alle drei zusammen. Alle drei zusammen, ja. Wir sind die fünf von der Müllabfuhr. Nee, Sidekick ist ja eigentlich, du hast einen Hauptprotagonist und einen Nebendarsteller. Nee, nee, das wäre falsch. Wobei wir ja eigentlich alle drei Hauptdarsteller sind. Ja, richtig. Weil wir ja jeder einen eigenen Channel in der Form, also drei unabhängige Channels sind. Richtig. Die sich hier zusammengefunden haben und in unendlichen Weiten des Weltalls. Ja. Also auf deinem Server. Der unendlich weit ist, ja. Wo du, wenn wir fertig sind, uns einfach rauskicken magst. Nein, nein. Und dann so, ey, das habe ich selber gebaut. Ihr habt zu viel Beweismaterial. Das stimmt allerdings. Nee, sehr gut. Hauptsachen, die du nicht senden willst. Ja. Ups. Nein, alles gut. So, ich mache gerade noch Selfies ohne Ende. Okay. Ich finde, für, also das, was wir gebaut haben, die 2,795 Prozent, die wir jetzt schon fertig sind. Das ist schon sehr schlimm geworden. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Also wie gesagt, bleibt in den nächsten Tagen dran. Schaut einfach mal vorbei und dann seht ihr die Enterprise auch weiter fliegen. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Bis dann. Ciao, Leute. Vielen Dank.